Lifetime in Repeated Was ich hatte in der Roderzeit 30 Minuten Monster gemacht Andere YouTuber versuchen ihre Videos kurz zu halten Was mache ich aus Versehen mit Lightworks? Richtig, ich haue die Videos in die Länge Und ich frage mich bis heute woher die 23 Minuten kamen Ja Mein Schnittprogramm ist kreativ Das sage ich jetzt einfach immer Mein Schnittprogramm ist kreativ Es ist was besonderes Es ist kreativ Es macht zwar nicht das was ich sage aber es ist kreativ Ich hoffe mal dass ich es mir diesmal nicht so zerschieße Vor allem ich habe ja mehrere Anläufe gehabt Also ich habe das immer wieder ausprobiert Und es ist immer wieder dasselbe Endresultat rausgekommen Und ich merke gerade das ein bisschen laut Alter Wir verrecken hier gleich Wie bist du so laut? Äh schnell, 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 schnell Ach scheiß drauf Ich werde hier schon wieder angeschossen Ich will doch hier einfach nur nicht angeschossen werden Was? Versteht ihr nicht? An Nicht Anschießen Danke sehr Gut So jetzt rüber Ich kriege hier einen Trallafitz Ohne Scheiß So Nein endlich Ach du Ach du Heilige Und weiter geht's So Es war so klar Es war so klar dass die Geschütztürme hier noch stehen Warum habe ich nur damit gerechnet Oh nein Leg mich doch No Ich haße das So 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 Wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren Besser gesagt Ich muss mich hier konzentrieren Ihr übernehmt den einfach im Park Ihr guckt einfach zu Ah Scheiße Ach du Heilige Gut Weiter geht's Gut Nein 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 Ich muss gleich sowas von den Sound ein bisschen runterdrehen So Oder warte mal Hab kurz was am Mikro gemacht Eventuell habt ihr es gehört Eventuell nicht Ich hoffe mal nicht Aber ihr werdet es 100 Pro gehört haben Ach du Heilige Scheiß Ich will nicht killen Ist einer von uns gestorben Nein Okay Okay wir haben noch eine Chance Wir haben noch eine Chance So Was macht der eine Typ da hinten Nur so als Frage Ach du Heilige Und ich muss das wirklich mal abschalten Mit diesen ganzen Derjenige Zockt Und das zockt Das wird doch Ein Bisschen Nervig Jetzt können wir endlich mal die Templer S nehmen Und Oh Gott So Ja die Templer S Die habe ich euch glaube ich noch nicht gezeigt Oder Keine Ahnung Auf jeden Fall das Schiff Habe ich Ähm Ja Habe ich mir offline erarbeitet Deswegen Ist relativ langsam Aber Es Hat eine überzeugende Ähm Es hat ein paar überzeugende Argumente Vor allem wenn man zum Beispiel Gegen den ganzen Scharen Gegner kämpfen muss Da ist das doch schon relativ einfach Alter Umwelk Kratzt mich hier schon wieder an der Seite So Ich hasse das Weiter geht's Halt Nein Nicht so nah ran Und Let's go Ja okay Nicht so viel Schaden Das macht auch hauptsächlich nur EM Schaden Insofern Aber es macht Damage Und das ist die Hauptsache Na dann weiter geht's Aber ich muss so gehen Die Lebenszeile geht doch Gut runter Ach Ich hasse das Bitte Gehen sie Sie stören Danke So Ernsthaft Die Schilde sind down Achso Deswegen Was sagt das doch einer Ähm Ich glaube wir sollten uns mal zurückziehen Es ist nur so meine Idee Aber ich weiß nicht ob die Idee jetzt so Ich hab mir gleich eine Kugel in den Kopf Ohne Scheiß Ciao bis zur nächsten Folge Meine Fresse Ich bin Ich bin Ja Ich bin Vielen Dank.